Ah, ich liebe es, solche Karten aufzudecken. Macht Spaß. Oha. Hier sieht man das Elend leider. Das ist so ein bisschen eher das, ähm, außerhalb die ärmere Gegend. Das sieht man richtig. Boah, das ist schon übel. Hier sieht man auch so den Unterschied zwischen ärmer und halt reich. Echt heftig. Hier ist nur ne Katze. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Katze. Miau. 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 Alter, ich hör sie. Ach, da ist sie. Voll versteckt. Miau. Miau. Katze. Miau. Jaa. 浅. compellederer. Hilft freundern. In09 darauf. Ärlplan, ä, Zig. Malenbalney Dominik. Denki dauer was und تو ver mit. So, wir haben acht Punkte. Tötungsklingel. So, das hätten wir auch, dann ist das hier, hier gibt es Stufe 8, das könnten wir noch hinkriegen. Hallo André? Ich drücke mal den falschen Knopf und ich laufe gerade in die falsche Richtung. Gefällt es dir bisher? Ja. Bis jetzt macht es Spaß. Ich bin nur langsam ziemlich müde, weil ich die letzte Nacht nicht so viel geschlafen habe. Äh, was ist denn hier los? Okay, es sind sehr viele Gegner, holy fuck. Oh, die sind alle ziemlich stark. Herze? Oh, hier. Bist du auch schon lange online, wie ich sehe? Ja. Ein bisschen. Oh, der hilft mir jetzt. Oder Tentao. Komm mit. Oder. Dankeschön, André für die 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Noch eine Katze. Hi. Noch eingeschlafen? Alles gut? Wenn man müde ist, dann ist man halt müde. Ich würde ihn gerne anzünden, aber... ...können wir hier nicht hoch. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss jetzt ein bisschen ning, zufrieden. Ich muss sich gut ein bisschen taktischer vorgehen. Haste jetzt gerade so ein Laut…oh mein Gott, euhm, wirklich. Super süß. Die meisten sind da vorne. Den könnte ich vielleicht so kriegen. Der sieht halt nicht so stark aus. Bis jetzt ist das Spiel ziemlich nice. Macht schon Spaß. Besonders die Verstümmelung. So drei sind besättigte Gegner, zwei von sechs. Ich habe doch gar keinen Gegner. Hä, das ist mein erster hier. What? Okay. Besser wird nicht jetzt. Scheiße, da steht auch noch einer. Ah, das wird kritisch. Wenn ich jetzt gegen die kämpfe, die machen mich locker fertig. Hm, da komme ich halt ordentlich hoch. Und ich glaube, den kriege ich nicht mit einem Attentat tot. Ich kann es versuchen. Aber ich glaube nicht. Okay, ist tot. Sehr gut. Ja. 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 Ja, ich glaube nicht. Okay, ich bin da drin. Und wenn ich das Video absassen würde. Ja, ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Ja. Oh, er hat wieder so'n Scheißschwert. Oh, er hat wieder so'n Scheißschwert. Was für'n Penner. Oh, stirb' einfach. Hallo, Basti. Hi. Okay. Oh, er hat wieder so'n Scheißschwert. 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 Okay. Die Mots sind ja alle schon im Bettchen. Mh, ja. Wascha Michi. Michi! Oh, Kiste! Was gibt's hier schon noch? Ein importiertes Buch. Oh. Warme Schiefel. Wenn du einen Erfinder triffst, solltest du sie überreichen. Okay. Ein Erfinder. Kann der mir Waffen herstellen oder sowas? Hm. Hinterhältiger Nesuyoshi auf der Flucht. Oh, das haben wir schon gemacht, ne? Äh, das ist Stufe 10. Das lass' ich erst'mal. Vorher, denn als Zillingsklinge war die Aufgabe. Das haben wir noch nicht uns angeschaut. Hm. Ich kann auch immer noch löschen. So ist es nicht. Hm. Huh. Interessant ist das Spiel. Ja, es macht auch echt Spaß. Klickst du aber öfter mal auf die Fresse? Na, Katsi? Das gehört auch irgendwie zu einem guten Spiel dazu. Oh ja. Wo bin ich denn jetzt? Das sind irgendwelche Gegner. Mit einer Axt. Oh, ich bin bei den Stufe 10 Gegnern. Oh fuck. Das ist nicht gut. Oh fuck. 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 Was die für Schaden machen. Ich bin hier sowas von falsch. Rennen. Ich sollte hier einfach noch nicht sein. Gegen die habe ich auch geschwitzt, ja? Das ist schon nicht ohne. So zwei Schläge, bam, tot. Sehr nice. Das wird nur lustig. Das wird nur lustig. Äh, ich bin Stufe 7? Ja, Stufe 7. Aber am Ende sind die halt trotzdem übel. Ah, ich freue mich schon. Jetzt war das hier markiert. Ernsthaft? Ja, hierhin. Jetzt haben mich diese Gegner wieder rausgebracht. Ich habe mich wieder einfach dazu verleiten lassen, anzugreifen, was ich hätte nicht machen sollen. Nein, nein. Diesmal nicht. Lass dich in Ruhe. So. A-Zeichen gefunden. Und da ist eine Katze. Hallo Katze. Ich finde schön, dass die Katzen halt verschieden reagieren, ne? Das ist süß. So, jetzt versuche ich nochmal die Katze und dann gehe ich zur Hauptaufgabe hier unten. Ich habe das noch nicht so raus, ähm, bei denen zu schleichen. Weil die dürfen mich ja nicht sehen oder so. I don't know. Aber ich darf auch nicht zu laut sein. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so. 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 Plus drei kriegt man dann. Cool. Hat das Schiff dir gerade nachgehubt? Ich finde bei dem Spiel sehr cool, wenn du, ähm, Orte entdeckst. Zum Beispiel waren wir vorhin auf dem Uhrenturm. Da hat dann, ähm, die Uhr angefangen, also die Glocken angefangen zu bimmeln. Das finde ich halt sehr cool. Und das war jetzt gerade bei der Entdeckung auch so, dass das Schiff dann halt behupt hat. Das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Und so, jetzt gehen wir erstmal zur Hauptaufgabe. Wir haben jetzt wieder ein bisschen uns umgeschaut. Immer mal so, mal so. Miozaki. 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 Das beginn 005050. Miozaki. Ich bin beschäftigt ja kiallygar. Ich wollte nur übern. Sie müssen doch etwas��chen machen an. Man trefft den Schiff. Mhm, mhm. Eine Mission zu kooperieren und verschiedene Segen zu verdienen. Oha. Äh. Wir reden erstmal. Mit Menschen interagieren. Ist sehr widerlich, Alter. Was mag ihr denn so? Ja. Ich weiß nicht, was er mag. So geil. Muss ich ihn, glaube ich, erst mal ein bisschen besser kennen. Aushalt, what the fuck, ey. Klingelreparatur. Neu entwerfen. Oh. Das ist sehr cool. Also wenn ich irgendeine Kleidung habe, die mir äußerlich nicht gefällt, kann ich die dann so anpassen. Aushalt. Lager. Okay. Lagert 4000 Platz. Ja. Oh. Oder auch nicht. Oder? Doch. Oh, ich habe 153 von 2000. Das läuft schon in die falsche Richtung. Ja. 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 Das haben wir ausgerüstet. Ja. 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 Das war mir off. Schrecklich. Oh. Das pack ich mal weg. Das will ich nicht verkaufen. Kluxpils. Umdekorieren. Oh cool, ich kann Waffen hier so... Okay, das ist nice. Das ist sehr cool. Neue anfangen, okay. Einmal mal machen. Der Lauf. Mhm, mhm. Ne, das werde ich jetzt gerade nicht. Gut, dann entspannen wir bis morgen. Gute Nacht. Dann haben wir unsere eigene Bude, das ist ja nice. Ja. 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 Oha. Oha. Uhren zeigen einen die Uhrzeit an. Oha. Ah, hier ist die Aufgabe. Du hast die Bindung zu Ryoma Sakamoto vertieft und dadurch einen neuen Kampfstil erlernt. Du kannst hier in Ausrüstung bis drei unterschiedliche Kampfstilien für jede Primärwaffe festlegen. Das ist cool, machen wir gleich. Was ist denn deine Aufgabe in dem Spiel? Wie? 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 Wie lässt die Polizei mich euer Schiff anschauen? Also gerade ist es unsere Aufgabe... ... also unsere Aufgabe am Anfang war, zu töten. mit unserer Schwester. Die ist jetzt... Wir wissen nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Sie ist jetzt gerade auf der Suche nach Informationen, ob ihre Schwester noch lebt. Und das Coole ist, ich konnte beide Charaktere erstellen. Das war sehr nice. So. Das haben wir in diesem Stil auch. Erstmal noch eine bessere Waffe. Spezialeffekte. Ah, hier. Spezialeffekte. Ist die nicht aus Verkauf oder so? Gute Nacht, Sini. Schlaf gut. Minus 5. Ecker. Ah, ne. Fug. Die behalten wir. Und die wechseln wir. So. So rum. Oh mein Gott, das sieht ja geil aus. Holy fuck. Man sieht direkt ihre dicken Möps. Yes. Okay. Wechseln wir. Okay. Meine Damen. Okay. Das ist das. Ah, ich bin ja perverse. Ja, bist du. Aha, guck mal, wie cool sie jetzt aussieht. Also noch cooler. Und da oben fliegt was zur Hölle. Stimmt! Bitte? Kann ich damit irgendwas machen? Warum wundert mich das nicht bei dir? Was denn? Hä, was denn jetzt? Das ist mir gefällt, dass man die Brust sieht. Ich hab ja auch die dicksten gegeben, die Skitten. Der Typ 3 gekriegt. Sie ist auch tätowiert, passt, würde ich sagen. Aha. Sieht schon gut aus. Okay, ich kann damit anscheinend was machen. What the fuck? Ich kann mich damit rum... Okay, wie cool ist das denn? Das ist ja nice. Das ist ja nice. Hallo. Siehst du auch noch den... Das hab ich gerade gelesen. Wo bleibt der Kartoffelserat? Oha, so verdächtig sehen wir jetzt gar nicht aus, ja? Noch nicht erlernt. Willst du dein Blut an meiner Klinge sehen? Ich versuche die einzuschüchtern. Ich glaube, ich kann die nicht einschüchtern. Die sind zu dritt und denken jetzt sowieso, die sind... Ja, fuck. Das kann ich ja noch gar nicht wählen, ne? Fuck, dann muss ich das machen. Der eine... Ich bin ein Mysterio будущem ... Ja, danke. Ich werde den врachtige Klinge sehen. Ich weiß nicht. the Oh, ich hab das falsche Menü ausgewählt. Oh, fuck, fuck, fuck. Man kann ja nichts machen, ah. Was ist, mit den Backen krieg ich dann viel. Also mit dem Konter. So, weil die mich jetzt hier nerven müssen. Hi. Ich denke, bei mir hätte es zum selben Ergebnis geführt. Ja. Ich denke, die Schilder sind nicht so schade. Ich bin in der Arbeit, aber die Schilder sind jetzt im Verhandlung. Ich werde nicht arbeiten. Wie geht es, Iga-Hitschi? Die Schilder sind治bete? Nein, das ist nicht. Es wurde ein Schilder-Geräusch verletzt. Wenn das nicht, dann wird es nicht mehr so ein Gespräch. Wir sind die Schilder-Geräusche. Er sieht aus wie ein Affinna. Eine Kamera könnte sehr nützlich sein. Ich habe alles an ihr gemacht, Kosti. Alles. Die Schwester hat ein bisschen kleiner gewusst. Der Tüftler, also recht gehabt. Ein Erfindergeist. Okay. Wo muss ich bitte hin? Scheiße. Das ist weit weg. Weit, weit weg. Ich bin jetzt hier mit Demi verwirrt. Haben wir die nicht schon gemacht? Oder ist das schon ein anderer? Ich bin noch nicht so ganz vertraut mit den Markierungen hier. Fragte er, obwohl er die Antwort schon kannte. Wie viel seid ihr denn eigentlich noch? Das sieht so aus, als ob das die Stelle ist, wo wir schon waren. Bin mir sicher. Tod. Das ist nicht gut. Recht alt werde ich nicht mehr. Halbwegs fit. Okay, das ist eine andere Stelle. Okay, das ist eine andere Stelle. Das ist eine andere Stelle. Wir sehen uns mehr. Oh. Das war's für heute. Jetzt ist das Symbol anscheinend weg. Okay. Dann würde ich gerne... Ach, manchmal bin ich verwirrt hier mit der Karte. Äh... So kann ich hinreisen. Dann reise ich mal kurz hier hin, weil da ist auch noch ein Gegner. Wie viel bist du noch? Ich bin eigentlich gar nicht mehr fit. Schon seit... Anfang des Streams bin ich schon nicht fit. Ich werde, glaube ich, auch nicht mehr alt heute. Es könnte aber sein, dass ich morgen nochmal das Spiel spiele. Also nachher. Ähm... Achso. Ich sollte vielleicht auch markieren, wo ich hin will. Nee. Nee, da... Fit, fit. Wird lange wach sein. Uff. Oh boy. Ähm... I'm sorry. Grabräuber-Gonther. Okay.